So, dann einmal hier vorne, da rechts, der Smart, muss auch mal aus dem Weg. Boah, diese Autos. So, dann einmal hier nochmal raus. Hui. Kollege, die jetzt erstmal kurz Handbremse anziehen können und dann aussteigen. Wäre so meine Idee gewesen, aber hey. So macht das auch alles durchaus Sinn. Einmal nach links, am besten nicht gegen den Pfosten laufen. Runter dürfte der jetzt irgendwo da sein. So, was macht ihr beiden da? Nichts Besonderes. Ah, andere Seite. Tut mir leid. Andere Seite. Idiot. Voll Profi. So. Diese Tür. Und nun für keine Zeit, okay. Komm in. Komm in. Danke. 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 So, ich bin gespannt, was er mit uns vorhat. So, wo bist du denn hin? Ach, das ist fertig. Die Ballade von Rocco. Super. Dann können wir, denke ich, auch mal gleich zu Leicester fahren. Also zur nächsten Mission. Sollte, denke ich, nicht allzu weit sein. Wir sind hier relativ zentral gehalten. Du dürftest das Auto mal mitnehmen. Du dürftest einfach mal so mitnehmen, ohne dass das jemand stört. Ach so, das ist sogar offen hier. Ist ja super. So, heißt, wir können das sogar einfach so nehmen. So, heißt einmal hier, nicht Uhr stellen, sondern Navi einstelle und dann einmal losfahre. So. Einmal raus. Hier, die zwei Kilometer, das wird auch zu erledigen sein. Das tut mir leid. Aber es kommen wieder ohne Sterne durch, weil das heißt, es hat aber immer Sterne bekommen, wo wir da durch sind. Das habe ich nicht zu 100% verstanden, aber es macht Sinn. Nee, eigentlich nicht. Aber jetzt sind wir irgendwie vielleicht legitimiert oder sowas. Dann dürfen wir die Schranken kaputt machen. Aber warum führt überhaupt eine Straße rein, wenn da so Pappschranken davor sind, die man gar nicht hochmachen kann? Oder vielleicht kann man so hochmachen und die Leute machen sie eben nicht für uns hoch. Das kann natürlich auch sein. Aber würde ich nicht für die logischste Argumentierung oder die logischste... Wie heißt das Wort? Ich habe keine Ahnung mehr. Für die logische Schlussfolgerung halten. Das war das Wort. Jetzt müssen wir halt eben noch schauen, dass wir den nächsten... Was auch mal das nächste war. Wir sollen nochmal zur Fabrikhalle kommen. Das war immer so Ausgangspunkt für größere Missionen, wo wir immer ein bisschen was geplant haben. Heißt, vielleicht kommt jetzt nochmal ein bisschen was Größeres. Oh, Recycling. Ich muss gerade den gleich recyceln hier. So, da durch. Ist rot, aber hey. Ist zumindest weniger Lust auf der Kreuzung, als wenn grün wäre. Muss ich ganz ehrlich zugeben an dieser Stelle. Ja. Was passiert nicht, wenn man da überall seinen Senf dazu gibt, Josh? Ja, okay. So, einmal raus hier. War das hier die Eingangstür? Komm aus, aber genau hier, so wie Franklin auch. Hiyo. Einmal hier. Lästchen. Ah, da ist er. Da ist jemand, der bereit ist zu machen, etwas zu machen. Jesus. Was für dich? Oh. Pocken, Trevor. Wir haben einige Probleme. Brad. Ja, was noch? Ja, so, anyway, die Union Depository ist aufgrund für heute. Wir können es nicht ohne ihn, besonders jetzt, dass er weiß. Danke, Gott, dass ihr hier seid. Ihr allein? Davy, wo ist dein Freund, Steve? Er ist auf den Weg. Ja, sie sind hier. Hier, listen. Das schitzelt die Fan. Unsere ganze Leben zusammen, hat sich nichts, aber eine Reihe von Fans und Schitz gemacht. Sort das Problem aus für mich, und ich werde Mr. Leisure-Wear aus deinen Becken. Und wenn wir nicht? Dann werde ich in den Jälen, und du wird getötet. Ah, mach dich, Dave. Ich habe es alles gehört. Nicht so wie das, du hast. Hat er dich verabschiedet? Oh, ja, er hat er. Er hat gesagt, dass wir, wenn wir, was du sagst, dann zusammen wir können den großen, schlusser Wolf, der ist die Regierung-Korruption. Ja, und wenn du nicht? Ja, rösten. Lecker mit Röstarom. Die Regierung, sie fragen, meine Methoden. Ich denke, ich bin... ein Liar. Ein Cheater. Ein Kind von Körner und ein Thief. So? So, es gibt ein paar, äh, Evidenz. Und ich brauche, die Leute, zu finden, was sie wissen. All right, so was? Wollen wir Lester hier zu hacken, in das System und es alles wegziehen? Oh, nein, nein. Das wird nicht funktionieren. Die einzige, um es zu akzeptieren, ist durch deine Gebäude. F*** ich. Michael, du würdest mir einen sehr großen Vorteil machen. Und wenn du das machst, ich werde sicher, dass alle deine Fälle gelten sind. Ich versuche dir. Hey! Finde ich eine gute Idee. Hoffen wir das mal, dass das so ist. Auch wenn ich ihm nicht ganz so Glauben schenken kann. Warum glaube ich ihm das nicht so ganz? Warum glaube ich ihm generell nicht? Steige in... Das ist mein Auto. Hab nicht gewusst, dass das mal mein Auto ist. So weit ist es gar nicht zum FIB-Gebäude. Hm. Okay. Ist er ein spezieller Typ? Ich bin in der Temp-Kompany-Database right now. Ich fand einen Typ, die um zu klocken. Ich habe das FIAL hier. Let me see. Harvey Molina, Licenseplate 83QSL722. Wir folgen ihm und sehen, was wir denken. So gut. So, wo ist er denn? Hey, yo. You should be coming out here soon. Vom wo denn? Warte auf das Auto des Hausmeisters. Kann ich mich ducken? Ich kann gar nichts tun. Außer mich ein bisschen bewegen. Ach, das da wahrscheinlich. Okay. Ah, da rechts ist das Parkhaus. Situation. Ich denke, sie werden dich enttäuscht, nachdem das ist getan, oder sie werden dich zu tun, bis sie dich nicht zu tun haben, weil jemand anderes hat es für sie getan. Ja, das klingt genau richtig. Ja. Jo, kann aber der Nächste kommen? Den gucken wir mal an. Vielleicht ist das ja. Oh, was ist das? Das ist nicht das Auto, wir schauen. Ja. Dann vielleicht alle guten Dinge sind drei. Ja, was können wir tun? Wir tun das Job. Und vielleicht kannst du die FIALs, wenn du drin bist, tun, was anderes du machst. Das könnte ein Weg raus sein. Ja, ein Weg raus ist genau das, was ich brauche. So, der Nächste. Bitte. Ich will nicht bis Ewigkeiten hier stehen. Das ist minder spannend. So, der könnte es aber sein. Nicht. Nochmal jemand hier. Hallo? Der Nächste. alle guten Dinge sind vier. Warte mal, das spricht wirklich, glaube ich, anders. guck mal. Was? Ach, Mann, wo? Wie lange stehen wir noch hier und drehen der Häumchen? Das ist voll spannend, ey, schwör. Bitte warten Sie hier einen Moment. Ihr Auftrag ist in Bearbeitung. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Da sie ist. Bleib hinter ihm, aber nicht, dass er dich sehen kann. aber wenn ich einfach ganz normal fahre, also wie mit anders auch, dann, ich kann nicht blinken. Was wird passieren, wenn dieser Mann, wo er geht? Er wird sein Severeinspacket. Ich kann nicht wissen, ob das ein schreckliches Euphemism, oder ein flaches Statement von Fakten. Es ist, was du willst. Okay. Die Frage ist, ob es nicht wesentlich weniger auffällig ist, direkt hinter ihm zu sein, anstatt hier so einen Abstand zu halten. Hey, Mann, put away the smartphone, or pad, or whatever the hell that is, for a minute. No surfing, while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast Headquarters? You're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles, while you keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. So, ganz gemütlich mit der Erde. Wechsel aber auch komisch, die Spur, muss ich sagen. Eigentlich ist sowas noch wesentlich auffälliger, aber naja gut. Für das Spiel, denke ich mal nicht, für das Spiel dürfte auffälliger sein, wenn wir direkt hinter ihm sind, von dem her, machen wir das einfach mal so. Mal unterberote Ampeln fahren, aber naja gut. Ich frage jetzt, ob das hier noch irgendjemanden interessiert. Ihn da vorne schon, ihn interessieren die roten Ampeln, das ist natürlich toll, einerseits, also es ist bildungsauftragstechnisch natürlich einwandfrei, aber andererseits braucht es natürlich mal ein bisschen länger hier. Also ein bisschen länger ist auch gut. Wesentlich länger möchte man meinen. So, was macht ihr da drüben Schönes? Bisschen Party am Straßenrand? Gut. Super. Hui, am Ende her. Ach, das ist eine rote Ampel. Gut, dann hier schön ganz gemütlich am Berg stehen und dann irgendwann wieder anfahren. Bei Gelegenheit. Was macht die Dame da drüben? erst mal niesen. Das ist gut. Immer schon mal Zillen verteilen, so wird dann auch mal grün da vorne. dühm, 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 dühm. dühm, dühm, dühm. Dühm, 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 dühm. ah, da haben sie das nicht ein bisschen kühl, also ein bisschen frisch angezogen, so. Ich glaube schon. Wir dürfen ja einmal nach links und da, oh, ähm, da hätte ich fast Aufmerksamkeit erregt. Hm. So, aber jetzt fahren wir hier wunderschön gegen den Sonnenuntergang. Oh, ist das schön. Ha, ist das schön hier. Ist wirklich schön hier. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde das schön hier. Äh, drängel dich einfach vor. Das ist okay, Kollege. Dann machen wir das eben so. Hui. Hui. Ach, der biegt links ab. Gut, dann drängelt sich doch keiner vor. Dann sind wir trotzdem wieder direkt hinter ihm. Park da vorne. Wo da vorne? Ach, vor ihm. Er parkt hier. Das heißt, ich park da. Okay. Ist sehr unauffällig. Und jetzt? Beobachten. Ein Angebot zu machen. Heißt, wir müssen aussteigen. Ähm. Ich hab gedacht, ich muss jetzt zu ihm gehen und ihm ein Angebot machen. Hier ist es doch, oder? Zeit, dem Hausmeister ein Angebot zu machen. Heißt. Heißt, ich geh zu ihm hin und, äh. Mach da irgendwas. Wär zu meiner Idee gewesen. Ich parke etwas sehr auffällig. Aber hey. Wir können's doch mal ducken. Dann sieht uns niemand. Ja, aber dann komm ich ihm doch zu nahe. Ja, aber dann komm ich ihm doch zu nahe. Aber anschaut nicht gut. Dann machen wir mal die Sicht hier. Hallo? Da hoch ist er. Müssen wir ihm hinterher? Folge dem Hausmeister. Wenn das nicht auffällig ist, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist nicht creepy. Nein. Aber warum durften wir den bisher nicht verfolgen und jetzt schon? Das find ich eben ein bisschen seltsam. Aber egal. Oh, schau mal. Es fängt schön an, wieder so Dämmerung zu machen. Dann schlagen wir mal hier ein. Und dann fahren wir mal. Wohin? Geh' mich zurück zur Fabrik. Genau. Zur Fabrik. Zur Textilfabrik. Ach, müssen wir jetzt zu unserem Lagerhausteil? Da können wir jetzt nicht sofort da rein. Ich weiß es nicht genau. Das war einfach. Ich glaube, du bist richtig. Steve Haynes ist ein sch***er Boss. Hey, ich habe Frank geholfen, während du da warst. Er kommt uns zu treffen. Ja, huh? Was brauchen wir ihn für? Gruntwerk. Information-Gathering. Was Information? Die Pläne zu dem Office. Es gibt keine Digital-Kopien, oder wenn es gibt, ich nicht so clever genug zu finden. Der Architekt ist LS-Base, also ich dachte, Frank könnte ihn nehmen, zu einem Hard-Kopien. Das ist kompliziert. Du bist sicher, dass du diese Pläne brauchst? So, oh, das ist eine Bushaltestelle. Ach süß. Immer wieder Bock, Bus zu fahren, aber habe ich glaube ich schon mal erwähnt. So, einmal hier, einmal aussteigen. So, jetzt erstmal hier dem Lester zeigen, wie das hier geht mit dem Laufen und so. Begeben wir dir zu Büro. Hey, jo? Da rein. Office oder, ja, okay, im Office. Ach, Franklin ist da. Ja, das ist wahr. Es ist immer einer von ihnen. Ja, ich werde mit einem Schmerz mit einer Schmerz-Familie und sogar mit einer Schmerz-Familie. Ich habe gesagt, Franklin, ich bin ein guter Role-Modell. Ja, was auch immer, Frau. Es ist sowohl das, oder Dillen Dine-Bag. Die Bullets kommen kranker an deinen Schein. Ja, danke. Wir müssen, zu wissen, etwas über diese FIB-Familie, eine Weakness oder eine Weh-In. Die nächste Woche, ein Morley-Destitute, total Delusional, highly-corrupted, Government-Agent. Ich hoffe, er ist ein guter. Man, ich bin nicht in der Motherfucker bei mir selber. Nein, nein, nein. Niemand ist in. Wir müssen ein Recon. Wir brauchen ein bisschen mehr Informationen. Ich brauche die Architekturale Pläne. Aber sie sind nicht online, also ich brauche. Die Architekturale Pläne. Die Architekturale Name ist Chip Peterson. Das war das erste große Kommission. Und die Office ist da in Backlot City. All right. Franklin, du sagst ihn für ein bisschen, und dann wir reden. All right, dawg. Und er plant das jetzt weiter. Okay. Also, warte mal. Gerade Auslauf hat Vorteile. Das Büro ausmisten, auch wenn Büro sehr interessant geschrieben ist. Vorne steht ein sehr großes, deutliches Exit, wie wir sehen können. Heißt, heißt was genau? Wir haben eine Michael-Mission und Franklin ist aktuell noch arbeitslos. Okay. Ich würde mal interessieren, was denn passieren würde, wenn wir zu Trevor wechseln. Aber, nee, ich glaube besser nicht. Ich kann ja mal gucken, ob wir überhaupt, wir könnten das. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir hier bleiben. So. Nehmen wir den großen Schlitten hier? Bestimmt. So, dann könnten wir eventuell wieder etwas nächtigen oder gleich die nächste Mission starten, je nachdem, wie das zeitlich sich so ändert. So. Was hat die gelabert? Irgendwas mit Traffic Accident. Na ja, gut. wie das ist,